Entschuldigung, YouTube, ich habe jetzt erst mitbekommen, dass ich nicht mehr aufnehme. Sogar die Pioniere haben mehr Rückgrat als dieser Abschauen. Sie sind die Miller zum Damm gefolgt. Das ist Plattefolger. Wollten sie die Tunnel nehmen und am Staubecken entlang gehen, diese Abenteurer. Ich habe keine Ahnung, ob sie jemals irgendwo angekommen sind. Aber sie hatten definitiv keine Angst vor der Strahlung. Naja, die Einzige, die mit diesem Haufen noch Mitleid hat, ist Olga. Sie hat uns hier oft besucht und diese Feiglige bei den Ratssitzungen ordentlich vermöbelt. Uns besucht am Arsch! Dich besucht sie hier! Ja, sicher! Mich! Hätte ich diese Rückenverletzung nicht, dann hätten Olga und ich dieses Tal hier allerdings auf den Kopf gestellt. Aber so... Wer braucht schon einen Krüppel? Zum Teufel mit ihr! Eine Frau auf einem Schiff bringt Unglück. Abgesehen davon sind wir ja hier geblieben. Der kann echt viel labern. Meine Jungs sind hier geblieben. Ich musste allerdings etwas Überzeugungsarbeit leisten, damit sie hier bleiben. Selbst ihr wolltet doch euren alten Freund verlassen. Oder? Oder? Kommen Sie, Herr Peral! Das würden wir niemals tun! Ja, sag das mal dem Neuen. Er scheint ganz ohr zu sein. Aber ich kann ihn euch lesen wie in einem Buch! Und ich sage, ihr wolltet mich verlassen! Und hätte ich an diesem Tag nicht meinen extra starken Tee gekocht, hättet ihr das zweifellos auch getan! Hey, sei vorsichtig mit der Gitarre! Verstanden! Ich pass auf! Denk dran, dieses Ding ist ein Instrument! Mhm. Jawohl! Ein Instrument! Was zum Teufel ist los heute mit dir? Willst du unbedingt das Deck schrubben? Tut mir leid, Admiral! Das hilft nichts! Pass einfach besser auf! Wie wäre es, wenn du etwas darauf spielst, anstatt die Gitarre fallen zu lassen? Ich wäre für ein Seemannslied! Ja, Admiral! Ein Seemannslied! Kommt! So, genießen wir einfach mal ganz kurz die Ruhe! Das ist gut! Kurze Ruhe! So mag ich das! Diesen Tee kann man ebenso gut rauchen wie kochen! Außerdem kann er jede Krankheit heilen und sogar deine Eheprobleme lösen! Ha, 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 ha! Also ich finde es immer schön, wenn wir Gitarre spielen. Das ist echt... Angenehm! Aber ich mag ihn sehr! Und meine Jungs hier haben auch kein Problem damit! Nicht mehr! So, also Olga war zwischendurch auch mal hier. Interessant. Um den alten Admiral... ...einen Besuch abzustatten. Allerdings weiß ich nicht, wie lange wir jetzt hier noch sitzen müssen. Nur, damit wir unseren Freund finden. Und dann haben wir ja noch... Die ist allerdings gut. Macht mich aber auch. Hör mal, Bandit. Ich sag dir was. Bleib einfach hier bei uns. Es macht Spaß, hier zu leben. Wir können uns unterhalten, essen und trinken. So viel wir wollen. Morgen suchen wir die Anhalte. Bis dahin... ...mache ich doch mal... ...ein Dickerchen. Nur ein kleines... Guter Tee! Guter Tee! Okay, er ist wirklich eingeschlafen. Ich dachte schon, der ist von dannen. Ähm... Wie gesagt, wir müssen ja noch unseren Freund finden, dementsprechend. 5 Uhr. Schönes Achievement. Ähm... Werden wir uns gleich bald wieder auf den Weg machen, um unseren Freund zu finden. Vorher genießen wir einfach mal kurz die Stille mit der Gitarrenmusik. Und hoffen... Dass wir dann bald... ...lieder los können. Also... ...lausche alle auf. Wir hören... ...der wunderschönen Musik... ...ein Moment lang zu. Also... ... acse... Bis die Uhr zwölf Uhr dreißig Zeit oder wir machen uns direkt los So, ich würde die Gitarre ganz gerne mitnehmen Ähm, wo müssen wir jetzt hin? Wir sind immer noch hier Immer noch hier ist unser Marker Es muss doch hier irgendwas geben, das uns sagt Hier musst du jetzt lang So Ich muss ja irgendwie weiterkommen Ah, alles klärchen, Bällchen Wir haben eine Leiter gefunden So, lieber Admiral, macht's gut Es war nett Ich kenne ihn zu lernen Bitte kommen Wir kommen, Mann Ich habe zwei Männer geschickt, um Annas Medikament zu suchen Katja hat herausgefunden, wie es heißt Aber es war experimentell und vom Militär noch obendrein Es ist definitiv nicht in einer Dorfapotheke zu finden Das reicht nicht Wenn diese schon vor 20 Jahren geplindert wurden Bist du wieder da, Sam Wie war's? Wieder nichts Nur das hier Was ist das? Ein Schmerzmittel Das brauchen wir auch Oh, oh Um Anna steht's halt echt nicht gut gerade, ne? Lieber Admiral, es tut mir leid Es ist 1259 Und ich weiß nicht, wo ich lang muss Ich muss da lang Ich will zum Zug Und das Ups So schnell wie möglich Ich hab's geahnt Das mit den Teddybären, das war mir klar Dass der auf jeden Fall noch zu uns kommen wird Oh, und jetzt blendet mich auch noch die Sonne So, wir machen mal unsere gute altmodische Taschenlampe an Ich mag die nicht Ich hab's geahnt Ich hab's geahnt Und ich hab's geahnt Das mit den Teddybären Und ich hab's geahnt Das mit den Teddybären Das mit den Teddybären Untertitelung des ZDF, 2020 Um... Okay... Um... 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 ja bitte krabbelt euch schön hier im zimmer verschwindet gerade die sonne dementsprechend sehe ich gerade bisschen mehr ja Au! Ähm, mal kurz heilen. Das ist mal ganz kurz nachzahlen. Ähhhhh. Oh. Ist einer gestorben drinnen. Eindeutig. Okay. Jetzt funktioniert das Licht aber auch wieder. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 Wir dürfen da drinnen gerne alle bleiben. Boah, ich mag diese Spinnen nicht. Oh, ne, ne? Ich muss den Generator zum Laufen bringen. Oh, ne, ne? Oh, ne, ne? Oh, 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 ne? Na komm, halt auch du. So, oh ne, ich muss auch noch nen Generator zum Laufen kriegen, ach nö, verdammt, und natürlich auch noch, oh, hier ist auch noch der Generator, na wunderbar, jetzt heißt es Sprit suchen. Okay. So. 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 So, so. So, so. Nö, nö, nö. Da. Da ist er. So. Dann haben wir unseren Benzinkanister, den wir haben wollten. Ja, nein, da ist sogar noch was drin. So, jetzt haben wir den Benzinkanister, den wir haben wollten. Jetzt gehen wir gleich wieder runter. Aber das sehen wir dann alles erst morgen.